Ja Leute, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Rocker League Ranked, zusammen mit dem Lukas. Hi! Ja Leute, wir nehmen das Ganze hier am 22. auf. Die Folge seht ihr am 23. bis dahin ist hoffentlich, du fährst. Der Dropshot-Mode, ja, erforderlich oder kann man ihn nutzen? Aktuell gibt es ihn ja leider noch nicht. Ich vermute aber, dass das halt wie gesagt... Wie gesagt, wegen der Saisons, genau. Wir spielen gegen Semi-Profi und Profi, also sollten wir doch vielleicht da etwas reißen können. Beim letzten Mal lief es ja eigentlich ganz gut. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ich komme, ne? Sorry, das war ein bisschen blöd, dann habe ich genau über dich gehauen. Nicht schlimm. Oh nein, nicht berühren. Gut, ich hätte nämlich, wenn ich vollgastgegeben hätte... Und nein, ausgedrubbelt. Ich bin schon mal hinten. Oh shit. Wir sind einfach beide voll drüber gesprungen. Ey, es gibt so eine richtig blöde Sache, ne? Wenn an einem Tag die ersten beiden Stunden nur so richtig geil sind. Also nicht so richtig geil, ne? Aber die ersten beiden Stunden sind gehen eigentlich, ne? Und die letzten beiden Stunden sind Mathe und Erdkunde, ne? Und da die ersten beiden Stunden nicht da bist, das ist so Müll. Okay, das war jetzt richtig Müll von mir, was ich gemacht habe. Ich bin schon mal hinten. Ich wollte dich gerade nicht wegstoßen, das tut mir leid. Naja, alles gut. Oh, die verfehlen sich alle. Ich habe eine Vorlage bekommen. Ich hätte ihn sogar reinmachen können und dann... Guck mal, guck mal, was passiert ist. No, das ist natürlich dann immer blöd für den Gegner. Ja, aber immerhin, ne? Mein Tor, ja. Ja, okay, das war nice. Er holt sich den Speed. Warte, den mache ich. Oder auch nicht. Ich wollte von hinten fliegen und das... Shit, 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 pass auf. Schön. Ich wollte mir Speed tun, habe ich auch nicht getroffen. Ich habe kein Speed zu können. Mein? Hätte ich gewusst, dass der weggefahren ist. Der ist nicht einfach, was machen die hier? Ich frage mich nicht, ich glaube, die sind nicht so gut. Na, die sind semi-profi und profi. Ja, aber wo kommt denn dann? Kann ja sein, dass du gut bist, aber einfach noch nicht so lange spielst. Ja, ja, ich weiß schon. Weil das hatte ich auch, ne? Ich war Anfänger, ne? Alle dachten so, ich bin richtig scheiße, aber ich habe bei meinem Bruder vorher immer schon gespielt. Also ich war schon als Anfänger, besser als mich eigentlich jeder erwartet hat. So, Mitte. Ah, was mache ich? Aber da ist der Ball schon Mitte, ne, noch nicht so ganz. Ich bleib erst mal hinten. Ah, ne. Ja, ja, ich glaube, ich habe es auch gut so gut. Und zwar deswegen. Ne, ne, Kollege. Na, tschau, ne? Oh ja, wenn ich jetzt Mitte wäre, wenn ich jetzt Mitte wäre. Nein. Nicht dein Ernst. Egal, nicht schlimm. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp, das stimmt. Warte, ich, den machst du. So, den mache ich, das stimmt. Den mache ich, Leute. Ja, Leute. So. Fängt gut an. Ja, das stimmt. Schön hochgezogen. Perfekt. So. Du gehst? Jo. Ich lasse die hier erst mal machen. Die hauen sich nämlich gegenseitig weg und der ist dran und sehr schön. Sehr schön. Und das sieht doch mal sehr geil aus. So. Die haben sich halt gegenseitig... Ja, genau, deswegen. Die haben sich so zusammen gespielt gegenseitig gut. Die spielen definitiv nicht zusammen. Äh, du fährst. Mhm. Die spielen definitiv nicht zusammen. Guck mal, wo die hinfahren. Ich spiele Mitte, wenn du kannst. Ja, okay. Oh, da hat er den leider noch gekriegt. Oh, ja, 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 was macht ihr denn jetzt hier? Er verfüllt den Ball, okay. Äh. Oh, ja, ja. Das war nicht neu. Oh, nein, ich war doch gerade gekommen. Ja, moin. Oh, ja, da hat er mich richtig zerschnitzelt. verschnüppselt ist schade die haben sich doch eh wieder gegenwärtig weg dass das geile kommen ohohoho schade es war so knapp zu spät nach mann kommen ohne gegenwärtig schocken oder um einen einen holland in den rhein er hat er genau deswegen das ist doch ich dachte ich bin ja auch und deswegen habe ich dann noch schon langsame noch einiges mache ich hier auch eine guck mal wie ich auch gekommen bin guck mal wie ich danach auch kommen so richtig komisch so zähl ich dennoch gerettet ich bin so kurz aufgekommen du musst zum ball Ja, ist jetzt eh egal. Sozusagen. Ich mag dieses Auto so, ne? So geil. Komm, kriegen wir noch hin. Komm, komm. Hau den da rein, komm. Nein! Trotzdem, Leute. Mega nice das Game. Ja. So. Ich bin Prospect Elite, lieber 4. Ich bin jetzt Prospect 1. Ja, der Typ ist Challenger 1. Das ist das, was nach Prospect Elite kommt, glaube ich. Was? Also ist der sehr gut, oder? Besser als ich, ja. Zumindest vom Rang her besser als ich. Okay. Also ich habe jetzt Prospect, dann kommt. Du hast Prospect 1. Ja. Dann kommt Prospect 2, 3, 4, 5. Prospect Elite, Challenger 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt Rising Star, dann kommt Superstar, dann kommt Champion und dann kommt Superchampion. Glaube ich, aber... Also bist du ein, nur ein zweiter als ich. Nee, du bist Prospect 1. Dazwischen kommt noch 2, 3, 4, 5. Ja, ja, aber du eigentlich bist du auch nicht so weit, um in Anführungsstrichen. Boah, ich weiß, wie lange du spielen musst, um Prospect Elite zu werden, weil... ja es ist so zu sagen die Serie ja es würde nur verlieren dann kommst du irgendwie vom Prospekt 2 wieder gegen die Mittel waren zu ja ich bin auch Veteran hast du nicht mal doll mal in Erden zu weit geschossen er sagt meine das ist die Kugel ab der und ich denke ich ich sehe so ab die Datei zahle ich bin so jahre und das ist er ich wollte den hoher und guck mal wer der so reingegangen wenn er nicht rein nein da wäre nicht so reingegangen ich heiße das tut mir leid ja den einfach selber reingehauen zu mir leid das wollte ich nicht ja es ist blöd gelaufen na egal das kriegen wir noch hinten und wie wir das noch hinkriegen ja netze 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 schade der ist nicht mitte aufgekommen ich bin hier hin ich will jetzt meinen fehler wieder gut machen ich will jetzt mal einfach meinen fehler wieder gut machen ok dann kann ich vor ich bleibe einfach mal zur sicherheit erstmal ein bisschen hinten außer wenn das hier passiert dann gehe ich auf angriff und das war jetzt nicht so geil oh nein nein komm wenn der jetzt mit ihr geht dann muss es doch klappen dann muss es doch klappen nein er hat ihn abgewehrt oh nein das war richtig schlecht für mir aber die oh nein das ist ne 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 kollega shit ahhh das sieht schlecht aus das sieht richtig schlecht aus tja blöd ja dieser Space ist schon gar nicht so schlecht bis jetzt der ist gar nicht so schlecht der Typ ja weil der einen die ganze Zeit zerstört und nichts anderes kommt jetzt verhauen sie sich gegenseitig jetzt nein ja sorry 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 ja wollte ich auch sagen sorry ja 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 ich weiß schon ja ok jetzt haben wir es verloren ich bin so scheiße gerade ich bin hochgesprungen ich bin hochgesprungen guck mal der ist dann nicht so nein so hab ich den jetzt mal weg So, jetzt komm! Schön! Wenn wir jetzt nach vorne kommen würden... Ah, schade! Komm nochmal! Ja, nice! Ups, das war jetzt nicht so geil! Ey, ich mach hier nur Fallrückzieher! Ich mach hier nur Fallrückzieher! So, jetzt hab ich den weggehauen, aber nicht den Ball! Ja, jetzt war das mein Fehler! Das war mein Fehler! Ich bin zum Sieg gegangen, anstatt zu ähm... Guck mal, ich hab den weggehauen, aber nicht den Ball! Guck, ich hab's dann aber nicht mehr geschafft! Das war mein Fehler! Ja, du gehst zum Ball! Ja, das schaff ich mir nicht mehr! Schade, Leute! Aber, wenigstens haben wir ein Game gewonnen! Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht! Okay, dann nimmst du ihn hin! Weil ich's drauf hab! Ja, Leute, ich wollte euch auch nochmal sagen, jeden Tag gibt's jetzt eine Folge Karriere, Formel 1 und eine Folge Rocket League mit dem Doktor! Ähm... Jo, Junge kann immer aufhören! Der kickt mich hier jetzt dreimal miteinander oder so weg, also! Ich komm auch auf und der kickt mich wieder weg, also! Ja, ich hab's auch gerade mitbekommen, ja! Ja, das war mein... das war mein Fehler! Es tut mir leid! Ah, ich hab's fast noch geschafft! Ach, Mann, wir machen beide gerade so ein Mist hier! Ja! Jo, eindeutig! Guck mal, wie wenig Punkte ich nur hab, weil ich irgendwie gar nichts geschissen kriege! Ich hab 300! Weil die einen nur wegrammen! Wie soll man denn da was geschissen kriegen? Die rammen einen nur weg! Ja, das meine Mann! Och, das kann doch nicht sein! Wir gehen hier gerade unter! Ja, genau so! Und das... Und dabei sind sie gar nicht mal so gut! Wir sind einfach nur scheiße im Moment! Ich hab'n Trick, ich hab'n Trick, wie der Ball definitiv nicht reingehen kann! Ja, doch, äh, also beim Start! Wie? Äh, du musst vor dem Ball bestehen bleiben und der breit dann ab! Oh mein Gott, das ist kein Trick, Alter! Das weiß jeder! Wenn du ein bisschen später... Für mich, ich fühl' mich gerade gut! Ich bin froh, dass das kann! Ja, genau! Richtig toll dran! Und so kommt der Ball auch meistens ja auch noch auf deren Hälfte! Ich mein' was anderes! Du hast es falsch verstanden! Komm, nicht noch ein Gegentor! Ich hab' schon wieder den weggehauen! Wir gehen hier gerade richtig hart unter! Ist sowas mal aufgefallen? Ja, guck mal, ich hab' schon wieder den weggehauen und nicht den Ball! Ja, komm, volle Kanne drauf! Ich werd' den Ball nochmal hochstupsen! Ha, ich hab' ihn nochmal hochgestupst! Komm, jetzt brauchen wir Speed! Nein! Es war auf der Seite! Okay, Leute! Da würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen! Lasst doch gerne positive Wertungen da! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute! Haut rein! Ciao, ciao!